Hey, du willst alles in GTA 5 besitzen? Dann hole dir auf cynicsmods.com unsere GTA 5 Pakete und werde mit unserer Hilfe einer der reichsten Spieler. Jo, was geht meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euch Solo einen, ja, was heißt Solo? Ja, eigentlich Solo, aber eigentlich auch nicht, aber dazu gleich mehr. Einen Terabyte merchen könnt. Ich habe ja schon mal einen Terabyte Merchglitch hochgeladen. Der ist aber echt umständlich. Jetzt geht es ganz einfach. Was braucht ihr dafür? Eine Terabyte in der Nachtclubgarage. Zeige ich euch jetzt. Mechaniker. In der Nachtclubgarage B2, 3 oder 4. Da müsstet ihr einen Terabyte stehen haben. Ich schaue mal, ich glaube ich habe es in der Zweier. Ja, Terabyte in der Zweier. Könnt ihr euch per Giftcast to Friends glitch dorthin glitchen? So, die Terabyte fordert ihr euch an. Dann braucht ihr noch eine Kossatka. Und dann braucht ihr noch eine gemoddete Avenger oder MOC. Und dann können wir mit dem Glitch eigentlich loslegen. Ihr holt euch ja einfach nur eure Terabyte. Hier, ich habe ja meine schon. Und dann müsst ihr jetzt dafür sorgen, dass ihr Polizei kriegt. Das machen wir jetzt schnell. Wir sind ja jetzt am Casino. Das ist schon mal sehr gut. Ihr müsst halt immer in der Nähe eures Fahrzeuges sein. So, jetzt gucken wir, dass wir Sterne kriegen. Indem wir hier einfach ein paar Leute töten. Und dann sind nämlich die Sterne schon da. Perfekt. Jetzt warten wir einfach nur noch, bis die Polizei da ist. Der Glitch ist echt mega einfach. Also ihr könnt den Solo merchen. Aber ihr braucht halt dann später einen Freund. Aber das seht ihr ja gleich. Beziehungsweise ihr seht es nicht. Ich werde es euch dann gleich sagen. So, wir warten jetzt, bis die Polizei da ist. Die muss euch nämlich dann töten. So. Hallöchen. Tötet mich. Ihr bleibt immer bei eurem Fahrzeug stehen, ja? Das ist wichtig. Und jetzt hofft einfach nur, dass die Polizei gut treffen kann, damit ihr relativ schnell am Sterben seid. So, jetzt warten wir noch kurz. So, die haben es geschafft. Perfekt. So, wenn ihr dann gestorben seid. Und dann werdet ihr sehen, dass das persönliche Fahrzeug von der Polizei beschlagnahmt wurde. Sehr schön. Das wollen wir erreichen. Jetzt geht ihr her. Öffnet euer Interaktionsmenü. Geht auf Sonderfahrzeuge. Geht auf Kosatka. Kosatka anfordern. Jetzt sofort Handy öffnen. Kontakte. Geht auf die Assistentin. Und spamt X durch. Ihr müsst schauen, dass das Fahrzeug vor der Kosatka auftaucht. Das war jetzt nichts. Seht ihr? Das war jetzt nichts. Schade. Deswegen werde ich hier jetzt kurz einen kleinen Cut machen. Weil ich muss mich jetzt nochmal von der Polizei töten lassen. Deswegen mache ich jetzt hier kurz einen kleinen Cut. So, da hat mich die Polizei wieder getötet. Jetzt hoffe ich, dass sie mein Fahrzeug mitnehmen. Und perfekt. Wurde beschlagnahmt. Jetzt probieren wir es auf ein neues. Ihr geht auf Interaktionsmenü. Geht auf Sonderfahrzeuge. Auf Kosatka. Kosatka anfordern. Sofort Handy öffnen. Geht auf die Assistentin. Und spamt X durch. So. Jetzt hat es geklappt. Perfekt. Ihr werdet sehen, dass eure Terabyte jetzt auf dem Wasser ist. Sehr schön. Das wollen wir erreichen. Easy. Jetzt geht ihr her und fordert euch eure Avenger oder MOC an. Das was halt gemoddet ist. Ich mache das hier jetzt mit der Avenger. Bam. Die fordert ihr euch jetzt einfach an. Und dann werdet ihr gleich was feststellen. So. Ihr wartet jetzt kurz. Kleinen Moment. So. Eure Terabyte wird dann wieder zu euch teleportiert. Ganz easy. Und ihr werdet sehen, dass die Avenger hier irgendwo auftaucht. Hier. Das heißt, jetzt geht ihr zu eurer Avenger. So. Da fahrt ihr jetzt einfach hin. Ganz easy. So. Und ihr werdet feststellen. Ja. Hoppla. Da steht eine Terabyte. Terabyte mit F1. Ne. Geht doch vollkommen klar. Und jetzt kommen wir zu dem. Naja. Ich sage jetzt mal zu dem Hauptproblem. Denn. Ja. Wie sage ich das euch jetzt am besten. Ihr könnt jetzt die Terabyte nur abspeichern. Indem ihr das jetzt eurem Freund. Per Gift Cars. To Friends Glitch rüberschickt. Und er ihn euch dann wiedergibt. Ich habe jetzt noch keine Methode gefunden. Wie man die so abspeichert. Leider. Deswegen geht es aktuell nur mit der Gift Cars to Friends Methode. Aber ist ja relativ einfach. So. Aber so könnt ihr jetzt ganz easy euch eine Terabyte merchen. Aber mich interessiert jetzt mal etwas. Jetzt interessiert mich was. Okay. Man kann außer Terabyte noch in den Frachtraum der Avenger gehen. Auch nicht schlecht. So. Kleiner Fun Fact. Am Rande. So. Na würde ich sagen an dieser Stelle. Hoffe ich dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja. Gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid. Gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt. Dann werdet ihr doch gerne Kanalmitglied. Das könnt ihr nämlich schon ab 99. Sende im Monat. Und dann würde ich sagen. Macht's gut. Haut's rein. Und. Ciao. Ciao. Ciao.